Wir alle haben Brick geliebt. In den sechs Jahren, in denen er beim Sender war, hat er nie sein Gehalt abgehoben. So war unser Brick. Wir werden uns lange an ihn erinnern und ihn schmerzlich vermissen. Danke, Hochwürden. Nein. Ich glaub's nicht. Brick war ein toller Mann. Wirklich? Als ich den Nachricht erheben habe, ich konnte es zuerst überhaupt nicht glauben. Keiner von uns kann's glauben. Wieso? Wieso? Wieso hast du ihn uns einfach weggenommen? Brick! Brick ist tot! Nein, Brick ist am Leben! Brick ist tot! Seht in euch an! Er ist nicht tot! Er ist nicht tot! Brick, du bist nicht tot! Brick, das bist du! Er ist tot! Nein! Du bist Brick! Fass dich mal an! Ich bin Brick! Du bist Brick! Ich bin am Leben! Ja! Natürlich!